Textbuch Kapitel 23 Der Krieg gegen dich selbst Nummer 2 Die Gesetze des Chaos Teil 1 Seite 490 bis 493 Die Gesetze des Chaos können ans Licht gebracht, wenn auch niemals verstanden werden. Chaotische Gesetze sind schwerlich bedeutungsvoll und deshalb außerhalb der Sphäre der Vernunft. Und dennoch erscheinen sie als Hindernis für die Vernunft und für die Wahrheit. So wollen wir sie ruhig betrachten, damit wir über sie hinausschauen und verstehen mögen, was sie sind und nicht, was sie behaupten. Es ist grundlegend wichtig, dass verstanden wird, wozu sie da sind, weil es ihr Zweck ist, bedeutungslos zu machen und die Wahrheit anzugreifen. Hier sind die Gesetze, die die von dir gemachte Welt beherrschen. Und dennoch herrschen sie über nichts und brauchen nicht gebrochen, sondern nur betrachtet und überschritten zu werden. Das erste chaotische Gesetz ist, dass die Wahrheit für jeden eine andere ist. Wie alle diese Grundsätze behauptet dieses, dass jeder separat ist und eine andere Gedankenausrüstung hat, die ihn von den anderen abhebt. Dieser Grundsatz entspringt dem Glauben, es gäbe eine Hierarchie der Illusionen. Einige seien wertvoller und deshalb wahr. Jeder legt dies für sich selbst fest und macht es wahr durch seinen Angriff auf das, was ein anderer wertschätzt. Und das ist gerechtfertigt, weil die Werte sich voneinander unterscheiden und die, die sie haben, scheinbar nicht gleich und deshalb Feinde sind. Bedenke nur, wie dies den ersten Grundsatz der Wunder zu beeinträchtigen scheint. Denn es legt gerade der Wahrheit innerhalb von Illusionen fest und lässt es so erscheinen, als seien einige von ihnen schwerer als andere zu überwinden. Wenn nur eingesehen würde, dass sie alle gleich sind und gleichermaßen unwahr, wäre es leicht zu verstehen, dass Wunder für sie alle gelten. Irrtümer jeder Art können berichtigt werden, weil sie unwahr sind. Werden sie der Wahrheit statt einander überbracht, so verschwinden sie einfach. Kein Teil von nichts kann der Wahrheit gegenüber widerstandsfähiger sein als ein anderer. Das zweite Gesetz des Chaos, das jedem Anbeter der Sünde wahrlich teuer ist, besagt, dass jeder sündigen muss und deshalb Angriff und den Tod verdient. Dieser Grundsatz, der mit dem ersten eng verwandt ist, ist die Forderung, dass Irrtümer nach Strafe und nicht nach Berichtigung verlangen. Denn die Zerstörung dessen, der den Irrtum begeht, stellt ihn jenseits der Berichtigung und der Vergebung. So wird, was er getan hat, als unwiderrufliches Urteil über ihn gedeutet. Die Sünde kann nicht erlassen werden, da sie die Überzeugung ist, der Gottes Sohn könne Fehler machen, um deren Willen seine eigene Zerstörung unvermeidlich wird. Bedenke, was das der Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn anzutun scheint. Jetzt sieht es aus, als würden sie nie wieder eins sein können. Denn einer muss stets verurteilt werden. Und zwar durch den Anderen. Jetzt sind sie verschieden und sind Feinde. Ihre Beziehung ist die von Gegnern. Genauso wie getrennte Aspekte des Sohnes einander nur begegnen, um in Konflikt zu treten. Nicht aber, um sich zu verbinden. Einer wird schwach, der andere stark durch dessen Niederlage. Und nun erscheint die Angst vor Gott und voreinander ganz vernünftig, da das, was der Sohn Gottes sich und seinem Schöpfer antagt, ihr Wirklichkeit verliehen hat. Die Arroganz, auf welcher die Gesetze des Chaos fußen, könnte nicht offensichtlicher sein, als hier zu Tage tritt. Hier ist ein Grundsatz, der definiert, was der Schöpfer der Wirklichkeit zu sein hat, was er zu denken und zu glauben hat und wie er reagieren muss, da er daran glaubt. Es wird noch nicht einmal als nötig angesehen, dass er über die Wahrheit dessen befragt wird. Sein Sohn kann es ihm sagen und er hat nur die Wahl, ihm zu glauben oder sich zu irren. Das führt direkt zur dritten grotesken Überzeugung, die das Chaos zu verewigen scheint. Denn wenn Gott sich nicht irren kann, muss er den Glauben seines Sohnes darüber, was er ist, akzeptieren und ihn dafür hassen. Seht, wie die Angst vor Gott durch diesen dritten Grundsatz noch verstärkt wird. Jetzt wird es unmöglich, ihn im Elend um Hilfe anzurufen. Denn jetzt ist er zum Feind geworden, der es verursacht hat und den anzurufen, nutzlos ist. Auch kann Erlösung nicht im Sohne liegen, dessen Aspekte scheinbar alle gegen ihn im Krieg sind und zu Recht angreifen. Nun wird Konflikt unvermeidlich und ist jenseits von Gottes Hilfe. Denn nun muss die Erlösung unmöglich bleiben, weil der Erlöser zum Feind geworden ist. Es kann keine Befreiung kein Entrinnen geben. So wird die Sühne nun zum Mythos und Rache ist der Wille Gottes, nicht Vergebung. Von dort aus, wo das alles seinen Anfang nimmt, ist keine Hilfe, die gelingen kann, in Sicht. Das Ergebnis kann nur Zerstörung sein. Und Gott selbst scheint dafür einzutreten, um über seinen Sohn zu sägen. Glauben nur nicht, dass das Ego es dir möglich machen wird, ein Entrinnen aus dem, was es will, zu finden. Das ist die Funktion dieses Kurses, der dem, was dem Ego lieb und teuer ist, keinen Wert beimisst. Für das Ego ist nur wertvoll, was es nimmt. Und das führt zum vierten Gesetz des Chaos, das wahr sein muss, wenn man die anderen akzeptiert. Dieses scheinbare Gesetz ist die Überzeugung, dass du hast, was du genommen hast. Dadurch wird der Verlust des Anderen dein Gewinn. Und so wird nicht wahrgenommen, dass du nie jemandem etwas nehmen kannst als dir. Indessen müssen alle anderen Gesetze zu diesem führen. Denn Feinde geben einander nicht bereitwillig, doch würden sie die Dinge mit anderen zu teilen suchen, die sie selber schätzen. das, was deine Feinde dir vorenthalten möchten, muss des Besitzes wert sein, weil sie es vor deinem Blick versteckt halten. Hier sieht man alle Mechanismen der Verrücktheit zutage treten. Der Feind, der dadurch stark gemacht wird, dass er das wertvolle Erbe, welches dein sein sollte, versteckt hält. Dein gerechtfertigt, das Standpunkt und Angriff wegen dem, was vorenthalten worden ist. und der unvermeidliche Verlust, den der Feind erleiden muss, damit du gerettet wirst. Auf diese Art beteuern die Schuldigen ihre Unschuld. Wären sie durch das skrupellose Verhalten des Feindes nicht zu diesem gemeinen Angriff gezwungen worden, würden sie nur mit Güte reagieren. Indessen können Gütige in einer brutalen Welt nicht überleben. Deshalb müssen sie nehmen, sonst wird ihnen genommen. Jetzt stellt sich eine unbestimmte, unbeantwortete, bisher noch nicht geklärte Frage. Was ist dieses kostbare Ding, die unschätzbare Perle, dieser versteckte geheime Schatz, der in rechtschaffenem Zorn diesem äußerst verräterischen, listigen Feind entrissen werden muss? Es muss das sein, was du haben willst, doch nie gefunden hast. Und jetzt verstehst du, aus welchem Grunde du es nicht gefunden hast. es ist dir nämlich von diesem Feind genommen und dort versteckt worden, wo du nicht daran denken würdest, nachzusehen. In seinem Körper hat er es versteckt, den er dadurch zum Deckmantel seiner Schuld gemacht hat, zum Versteck dessen, was dir gehört. Jetzt muss sein Körper zerstört und geopfert werden, damit du haben kannst, was dir gehört. sein Verrat erfordert seinen Tod, damit du leben mögest und du greifst nur in Selbstverteidigung an. wird sein und ver follows was Untertitelung des ZDF, 2020